Aloha und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, Minecraft, wie man sieht. Ja, das Ganze wird so ein Just-for-Fun-Let's-Doku. Es gibt es schon tausend und ein Mal, dass Leute Minecraft-Let's-Playen. Ich habe mich entschieden, ich mache es trotzdem einfach. Ich bin nicht besonders gut in Minecraft jetzt, also meine Gebäude sind nicht besonders toll. Das Einzige, was ich wirklich gut kann, ist sterben. Und das kann ich wirklich richtig gut. Naja, es wird auch nicht hundertprozentig als Let's-Doku laufen, sondern zwischendurch werden auch Let's-Shows eingeschoben, wo ich dann halt ohne Aufnahme irgendwas Witziges gebastelt habe, wobei meine Kreativität ja sich da sehr in Grenzen hält. Aber wir werden das auch sehen. Ja, eventuell wird es auch Multiplayer-Sachen geben. Wie, mit wem, wann, wieso, weshalb, warum und so. Ja, das habe ich mir noch nicht genau überlegt. Werden wir dann später irgendwann sehen. Ich würde sagen, bevor ich jetzt hier weiter doof rumlabere, fangen wir einfach mal an. Und erstellen uns eine Welt. Die Welt nennen wir mal ganz kreativ. Da fängt es mit meiner Kreativität nämlich schon an. Let's-Doku-Welt. Ja, schreiben kann ich auch nicht. Es kommt noch dazu. Schauen wir mal, was wir bekommen. Ja, Musik, so wie bei anderen Let's-Playern, ist jetzt gerade mal nicht vorhanden. Kommt eventuell noch, jetzt für den Moment, kommt halt nichts. Eventuell sollte man mal gucken, dass man mal die Mucke voll aufgedreht hat. Jepi, das läuft gut. Ja, egal. Wir schauen uns um, was wir hier so haben. Außer Sand. Oh, Bäume. Ja, die Welt baut sich auf. Und die Welt baut sich immer noch auf. Lass dir Zeit, Welt. Wir haben auch Zeit. Ja, ja, ja. Ja, falls es jemanden interessiert, Texturenpaket ist dieses LB-Fotorealism-128. 1000 wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Wir laufen mal nach da hinten. Ja, das habe ich. Es müsste das 128er sein, weil das 256er so ein bisschen ruggeldi-ruggel war. Ja, Höhlen reinlaufen, tue ich wahnsinnig gerne erforschen. Noch besser kann ich da drin allerdings sterben. Also ich kann wirklich überall sterben. Meistens in Höhlen passiert mir, dass entweder das Creeper kuschelt. Oder was ich mal besonders schön finde, ich finde Diamanten. Diamanten in der Nähe von Lava. Und zack, kommen von hinten ein paar Mops und schubsen mich dann samt meinen schönen neuen Diamanten in die Lava. Ja, Klassiker bei mir, passiert mir irgendwie regelmäßig. Oh, hallo. Guten Tag. So, wir wollen weiter Bäume verhauen. Ja. So schaut es mal aus. Ja, ich denke, groß erklären muss man zu dem Spiel ja eh nicht. Die meisten werden es kennen, selber spielen. Schon 1000 Let's Plays gesehen haben. Deswegen. Ja, auf Kommentare eingehen werde ich dann auch wahrscheinlich erst relativ spät. Geh mal da weg, du Viech. Weil, ähm, ja, ich werde jetzt erstmal ein kleines bisschen aufnehmen. Und dann werde ich das hochladen. Und, ja, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, wo ich gerade drum herum rede, ich werde dann erst später auf Kommentare eingehen können. Hm, allein schon so technisch gesehen und so. Ja. Wir labern sinnlos rum, sehr schön. Ich brauche definitiv Musik, dass ich nicht so viel labern muss. Was willst du, Guter? Ah, hi. Tag, 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 tag. Ha, cool. Hier ist ja übersichtlich alles. Haben wir direkt mal Kohle für ein paar Fackeln, da müssen wir auch nicht im Dunklen abhocken. Das, äh, schau mal, sehr schön. Ja, und noch mehr Kohle, jeppi. Können wir uns gleich bei der Gelegenheit noch ein paar Steinchen mitnehmen. Steine kann man ja immer gut gebrauchen. Und sei es nur, um uns mal eben ein paar Steinwerkzeuge zu machen. Ich meine, mit dem Holz, da kloppt man ja nicht lange auf sowas drauf ein. Das geht ja ratzfatz, also von daher. Noch mehr Kohle. Dacht, die mache ich auch noch kaputt. Dich erst recht. So, das war's mit Kohle. Steine haben so neun. Ja, das wird wohl reichen. Aber trotzdem hacken wir mal mit der Hacke das Ding weg, so. Hä, ach, nicht hochgekommen. Ja, super. So, geht doch. Jetzt wollen wir mal nicht so lange hier unten rumtrödel. Wir haben ja keine Zeit und so. Wir wollen ja noch Bäume verhauen. Und vor allem wollen wir Hühner hauen. Doofes Vieh. Ich mag keine Hühner. Die schubsen mich auch immer gerne überall rein. Überall, wo ich nicht rein möchte. Zwar nicht unbedingt in Höhlen, weil die da selten sind. Aber, sie schubsen trotzdem richtig gerne. Ich werde auch definitiv mein Haus nicht zu weit vom Spawnpunkt wegbauen, weil ich das sonst eh wieder nicht finde. Ich kenn mich. Dann irre ich wieder tagelang sinnlos in der Pampa rum und gucke, dass ich nach Hause finde, wenn ich sterbe. Was ja, wie gesagt, häufig passieren wird. Ist das denn ein Schaf? Ne, ist doch egal. So, dann können wir auch gleich mal langsam anfangen, uns irgendein Hütchen zu bassturmen. Nicht, dass wir auf einmal in der Gegend stehen, Bäume verhauen und dann wird es dunkel. Und wir hören dieses wunderschöne Tz im Hintergrund. Und das wäre nicht so toll. Ja, als Haus werde ich mal wahrscheinlich einfach irgend so ein ganz einfaches Holzding dahin schußern. Man kann ja später noch ausbauen. Oh, da kann man ein paar Saplings einsammeln, wo wir gerade mal hier rumlatschen. Da ist die Höhle oder so. Keine Ahnung. Würde ich sagen, bauen wir uns mal hier so hin. Dann haben wir da Wüste. Da haben wir den Wald mit Bäumen. Und da haben wir dann das Höhlen-Ding an. Gut. Wir nehmen mal das in der Hand. Die Kohle kann nach da. So. Mal aufräumen. Direkt ein paar Fackeln bauen. Dann fangen wir mal an. So, wir machen mal. Und da Ding. Und da Ding. Zwei, drei, vier. Hier. Ah. Okay. Das ist doch, was ist jetzt auch egal. So, was ist jetzt auch egal. So, was ist jetzt auch egal. Da, wo, was ist jetzt auch egal. Ja. Symmetrie wird voll überbewertet. Könnten wir theoretisch gesehen dann so, so und so, so. So, dann können wir da eine Tür hin bauen. Ah, herrlich. Ich hab wieder voll den Durchblick hier. Gut. Sand müssen wir uns auch gleich noch eben sammeln. Wir brauchen definitiv dann noch mehr Steine, dass wir... Glas bauen können. Äh, nee. Steine brauchen wir für den Ofen. Mit dem Ofen können wir dann das Glas machen, ja. Sehr intelligent. Wirklich. Unglaublich. So, das wird alles voll mit Glas gemacht. Da kommt eine Tür hin. Unser Workdingen prockell wird da hin. Tak, 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 tak. So, Tür. Dann, bevor ich gehe, ach so, nach da, nach da, bauen wir uns eben noch eine Steinspitzhacke. So. Das tut da mal direkt weg, dann können wir mal eben schnell loswuseln. Ach, wir könnten das auch nochmal eben. Ach, Göttchen, ach, Göttchen. Ist das schon wieder hier? So, wir bauen uns eine Steinschaufel. So, brauchen wir auch eine Steinaxt, wo wir gerade dabei sind. Dann brauchen wir das Ganze mit Größe nicht mehr. So, ähm, ja. Könnten wir theoretisch gesehen hier unten mal direkt anfangen, uns umzugucken. Äh, ich möchte hier ungern irgendwie rein plumpsen. Wir buddeln uns hier drüben runter. So, so. Ach gut, sehr intelligent. Sehr unglaublich intelligent, was ich hier wieder mache. Wie hat die Intolenz mit Löffeln gefressen? Quasi, mehr oder weniger, so. So, so. Da noch ein Ding runter. Guten Tag, guten Tag. Da sieht du es da aus. Ich hätte immer noch ein Schwert bauen können, wenn ich schon mal dabei war. Wir machen mal da. Hallo. Oh, anscheinend ist hier keiner, oder? Oh, 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 oh. Ja, gut. Ähm, da, 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 da. Tag, Tag, Tag. Dann... Machen wir hier trotz allem mal Hackel die Hackel. Dann, ja, haben wir gleich genug für den Ofen. Dann müssen wir nur noch eben schnell ein bisschen Glas sammeln. Ich habe keine Kohle mehr. Ich habe natürlich die ganze Kohle gerade für Fackeln verbrezelt und nichts aufgehoben, um mir dann auch Glas zu machen. Das war natürlich, ähm, sehr gut mitgedacht. Also, wie immer, wirklich. So, gehen wir mal da drüben gucken. Da ging es ja noch irgendwo weiter. Vielleicht ist da ja irgendwo Kohle. Mal nur noch. Oh, das ist auf jeden Fall Eisen. Cool. Und hepp, und hepp, und da eine Fackel. So, Eisen. Alles meins. Alles meins. Na? Hm, gut. So viel zu meiner Hoffnung, da wäre irgendwo Kohle. Egal. Hepp, hepp, und hepp, und hepp. Nein, ich hüpfe nicht kompliziert rum. Nein, ich doch nicht. So, da haben wir direkt Sand. So, wie ging der Spaß? So, so, so. Und dann eine Fackel. Ja, und so, so, so. Und dann eine Fackel. Hm, geht doch. So, so, so. Fackel. So, so, so. Na, herrlich. So, wird's schon dunkel. Na, egal, wir laufen lieber nach Hause. Hier ging's nach Hause. Hüpf, 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 hüpf. Und dann Chanel mal eben, äh, da eine Fackel, da eine Fackel. Ja, ich baue da jetzt doch noch eben, ähm, Ecken rein. Weil ich mach immer so gerne da, da eine Fackel hin. Und das geht ja nicht ohne diese Ecke. So, da, so. Ecke. Fackel. Fackel. Da noch eine Ecke. Fackel. Fackel. So. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. So, da eine Fackel, da eine Fackel. Machen wir da noch eine hin. Machen wir da noch eine hin. Und dann können wir da noch eine hin machen. So. Jetzt bauen wir uns lustig Ofen. Gut, haben wir. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen Ofen. So, und aus dem ganzen Gegröße packen wir mal da Holz rein. Packen wir mal da ein Holz rein. Können wir uns ja wenigstens dafür ein bisschen Kohle aus dem Holz machen. Normales Holz habe ich ja genug. Kann ich mir auch noch eine Kiste bauen? Oha. Nee, das Holz verbrennt nicht schnell. Gar nicht. Ja, komm, stellen wir ganz rein. Mach schneller. Das Ei. So sortieren wir mal eben kurz hier vom Büschel rum. Wobei ich eigentlich nie so eine wirkliche Sortierung habe, sondern einfach immer lustig hin- und herschiebe. Klappt das denn? Kriege ich denn wenigstens noch beide Holzdinger da? Ja, dann habe ich sogar noch ein Holz gespart. Hoffe ich. Zieh, 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 zieh. Oh, was ein Glück. So, Kohle rein und Sand. Damit wir erstmal Glas haben. Dann können wir uns da raus. Wenn schon Kiste, dann bauen wir uns noch mal eine große. So, die Kiste stellen wir einfach da so hin. Zack, zack. Perfekt. Dann können wir uns mal so, just for the fun und so, bauen wir uns noch ein Öfchen. So, hallo. Und ich wollte noch was bauen. Ja, genau. Immerhin ein Steinschwert sollte drin sein. Ja, Wiedersehen Stöcke. Wie ihr mich greift jetzt irgendein fieser Möp an.